Eine Ausstellung mit einzigartigen Holzarbeiten der Künstlergruppe ExponArt ist bis Ende Januar in Lauter in der Galerie bei Tobias Michael in der Bockauer Straße 40 zu bestaunen. In dieser kleinen, aber feinen Ausstellung sind weihnachtliche, aber auch traditionelle, mit dem Erzgebirge verbundene Motive zu finden. Feste Öffnungszeiten gibt es keine, sagt uns Tobias Michael, aber wer möchte, kann sich unter Telefonnummer 03771 20480 anmelden oder einfach mal an der Galerie klingeln.